Das eigene Geschlecht ändern, um einer Abschiebung zu entgehen. Was erstmal wie ein Fiebertraum klingt, könnte bald schon Realität werden. Sexualstraftäter, die ihr Geschlecht ändern, um damit ihrer eigenen Abschiebung zu entgehen. Positiver Nebeneffekt, die Unterbringung in einem Frauengefängnis. Zusammen mit Frauen. Frauen, die Männern körperlich unterlegen sind, die aus gutem Grund von Männern in Gefängnissen getrennt werden. Birgit Keller hat auf News dazu einen sehr ausführlichen Artikel geschrieben. Stellen Sie sich vor, ein Migrant aus Algerien wird wegen sexueller Belästigung einer Minderjährigen verhaftet und zu vier Jahren Gefängnis verurteilt. Die Behörden wollen ihm seinen Flüchtlingsstatus aberkennen und ihn ausweisen, weil er eine Gefährdung für die einheimische Bevölkerung darstellt. Der Algerier klagt gegen seine Abschiebung und behauptet nun, er sei eigentlich eine Frau und befinde sich in einer Geschlechtsumwandlung. Die Argumentation seiner Anwältin? In seiner Heimat drohe ihm Verfolgung aufgrund seiner Sexualität und seiner Transidentität. Und weiter schreibt sie? Die Richter sind beeindruckt durch die besonders spontanen und begründeten Aussagen des Täters und urteilen seine sexuelle Orientierung und seine Transidentität als erwiesen anzusehen. Es findet sich dann noch ein Arzt, der ihm attestiert, dass er ganz bestimmt kein Wiederholungstäter sein kann. Er darf im Land bleiben. Als schutzbedürftiger Flüchtling. Keine Pointe. Demnächst auch in Deutschland. Dieser Fall spielt sich gerade exakt so in Frankreich ab mit Medi-Mchdi-F. Das Schauspiel, was uns der 31-Jährige dort präsentiert, könnte uns ab dem 1. November genauso in Deutschland erwarten. Nämlich dann, wenn das Selbstbestimmungsgesetz hier in Kraft tritt. Wenn dann verurteilte Sexualstraftäter behaupten, dass sie sich als Frauen identifizieren und dafür keinen Nachweis, sondern nur die 3-monatige Wartezeit über sich ergehen lassen müssen, dann bleiben sie auch im Land. Sie können dann nicht mehr abgeschoben werden. Wie Islamisten über Transsexuelle oder Homosexuelle denken, muss sich hier sicher niemandem erklären. Umso ironischer ist es, dass sich queere Menschen in Berlin, was auch immer queer genau sein soll, aber, dass die sich besonders eifrig unter anderem für Palästina engagieren und auch da auf die Straße gehen und demonstrieren. Es gibt die sogenannten Queers for Palestine. Beispiele für die Unterbringung in Frauengefängnissen liefert Birgit Kelle uns auch. Zum Beispiel im Fall des pädophilen Jürgen K., der in Herzbruck zur Transfrau Beate K. mutierte und die Kinderpornos in seinem Besitz angeblich nur als Teil seiner Identitätsfindung als Transfrau benutzt, wofür er auch noch mildernde Umstände bekam. Ein milderes Urteil. Im US-Bundesstaat Wisconsin waren 81 von 161 inhaftierten Transfrauen wegen mindestens einem Sexualdelikt verurteilt. Niemand kann in die Zukunft sehen. Ich bin aber eher pessimistisch. Und wenn der 1. November kommt und wir dann im nächsten Jahr die ersten Zahlen vorliegen haben, dann werden sich die Abgeordneten, die für dieses perfide Gesetz gestimmt haben, Klammern auf Markus Ganser, Klammer zu, den Vorwurf gefallen lassen müssen, dass sie eine Mitschuld tragen. Eine Mitschuld an misslungenen Abschiebungen, eine Mitschuld an Übergriffen von Männern, die sich legal in Frauengefängnissen aufhalten, eine Mitschuld an allem, was im Prinzip daraus resultieren wird. Auch dazu eure Meinung, wie immer gerne unten in die Kommentare. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn ihr in Zukunft nichts verpassen möchtet, solltet ihr den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Wir sehen uns im nächsten Beitrag wieder. Bis dahin. Macht's gut. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017